ja leute willkommen zu einem weiteren part von let's play früher jetzt in einer zone die ihr wahrscheinlich noch kennt nein es war die höllenzone wo ich zuerst mal cutten durfte hier trap hideout für carol hardcore war es die hölle ich sag's euch ich glaube wer das lp von mir kennt mein erstes noch was ich hier für eine hölle durchschnitt ab das war die hölle ich hätte sterben können dort ich hasse diese zone es hängt nicht damit an dass dieser unterteilen aus sind und ich will mir noch dafür cool finde und ich gerne mag die laser zu rennen laser gelaserter arsch ja so die augensprung von mir wäre ein gelaserter da kommt ihr drecks fischer Oh, ja. Oh Gott. Geh mir eure Kristalle. Mann, ist das super, was ich hier mache. Ich mach Bock bis. Bock bis, sag ich, sag ich. Ich hab mal ne Weile Ruhe, ja. Deswegen kann ich noch ganz schön viel aufnehmen. Los, komm, Renn mit mir. Den Zwischenboss treffe ich auch noch. Ach, die kenne ich noch. Das war ein Arschgesichter. Au! Habe ich ja gesagt, Arschgesichter. Ich meine, Wichser. Na, mein Controller ist ein bisschen schwierig, als wenn ich mit Tastatur mich heransetze. Das ist eigentlich auch eine verständliche Sache, weil Controller musst du mit dem Analogse klarkommen. Ich mag jetzt einfach den einfachen Weg nehmen. Leck mich doch, Alter, mal ganz weit hinten. Ach, hör auf, das ist hier. Und hör auf mit deinem Schmerz, um zu furzen. Ich schicke dich sonst in den Knast, mein Freund. Da kommt die Faust. Und da kommt ein Schwert im einen Arsch. Oh, Gottes Willen. Die Runde fängt doch schon mal lustig an. Hepp. Au! Nein! Schwert einstecken! Oh, jetzt kommt der Klein mit seinen Fäusten zu mir. Oh, Gottes Willen! Ich glaube, der war auch so ein Arsch. Ah! Jetzt muss ich auch kommen. Jetzt muss ich auch kommen. Ich glaube, das ist meine erste Sorge. Ich glaube, da kommt der hier. Ja, der, ich habe mich aufs Kreuz. Ja, jetzt da lang. Wow! Man kann Pass rollen? Wow, was ganz nice ist. Das wusste ich auch gar nicht. Ich weiß, wie du das, dass das geht. Dass du um fast rollen kannst. Du hast Power Roll. Ich mache auch gerne Power Roll. In dein Arsch. Okay, jetzt müsste ich da oben gehen. Hier habt ihr jetzt mit Spaß kommt. Wir sind schon bald vorangekommen hier. Okay, das war jetzt ganz gopfe. In der Kacke. Na, der Fein hat mir auch Angst gemacht. Oh, ja, oh. Oh, ja, oh. Oh So Auflaan So Na Ich passe zu gerne ab Na, ich passe zu gerne ab Jetzt hat er auch Jetzt kommen wir in den Motorrad Jetzt können mich alle mal kreuzweise Den Motorrad kann ich alle umbringen Oh, wenn ich keine Haki mehr habe Gibt es denn hier diesen übelsten Boni? Ja, der hier Oh Boni Ich 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 Flog! Und dritt you in your ass! Verknifst dir, du Arsch! Die B-99 Ninjas! Ich mach's einfach nach meiner Lieblingsmethode! Einfach so durchfahren! Ihr seid erledigt, ist sowieso von selbst! So gut, wie da rauskommen aus dem Turm! Nein! Nein! Kein Schein kassieren! Die B-99 Goddammit! Jetzt kommt Spader! Ja, hin komm er! Wie war das Dreck? Das Dreck nochmal! Da hab ich noch mal einen Trick hingekriegt! Der hat noch mal Spade funktioniert! Wie war der Dreck? Da war ein Trick, da... Wie war der Dreck? Der Gast von mir an der Seite, hab ich mal einen Trick überlegt! Dem kannst du Spade besiegen! Einfach einfach so fahren! Ja, wann hat's die auseinander? Das sind zwei Motorräder Preserve, in dem was passiert! Wie war das? Langsam erledigen die sich alle! Jetzt kommt man, ob ich euch alle erledigt! Na komm, Spader! Ja! Ja! Wenn der Boost ist, ist er ein Schwachpunkt! Erwischt! Jetzt komm! Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es in den Kommentar, vergesst es nicht, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, also ja, bis dann Leute, es war es episch. Du bist richtig, wir brauchen deine Hilfe, unsere Freunde sind in trouble. Ich soll mich interessieren, warum? Der Mann, der sie den, der ihr Vater hat, ist der Mann, der ihr Vater hat. Face es, Buster, wir sind die einzige Leute, ihr habt.